Opel spendiert seinem Van und leichtem Nutzfahrzeug einen Elektroantrieb. Als Zafira E stromert der jetzt lautlos über die Straße. Den Elektro-Zafira gibt's ab sofort mit einer 50-Kilowatt-Batterie und einer Reichweite von 238 Kilometer. Anfang 2021 folgt eine große Batterie mit 75 Kilowattstunden und einer Reichweite von 330 Kilometern und einer Ladeleistung von 100 kW. Ich zeige euch jetzt, was der alles kann und wie er sich fährt. Bevor unsere Testfahrt startet, stellen wir den Kilometerzähler auf Null. Wir wollen wissen, wie sich der Energiegehalt der Batterie wirklich verhält. Bei unserer Testfahrt werde ich natürlich die Reichweite besonders im Blick behalten. Als wir losgefahren sind, stand hier eine versprochene Reichweite von 314 Kilometern auf der Uhr. Dann sind wir erstmal ein bisschen Autobahn gefahren. Da hat sich die Reichweite sogar noch einen Ticken erhöht. Da standen dann auf einmal über 320 Kilometer auf der Uhr. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. 136 PS beschleunigen den Zafira E auf seine maximale Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde. Optisch erkennt man kaum einen Unterschied zu seinem Schwestermodell mit Verbrenner. Die Tankklappe über dem Vorderreifen und das dezente E am Heck verraten den Unterschied. Auch im Innenraum muss man schon genau hinschauen. Lediglich der blau hinterlegte Tacho gibt einen Hinweis auf den alternativen Antrieb. Da die Batterie komplett im Fahrzeugboden verbaut ist, geht im Innenraum kein Platz verloren. Wer es praktisch mag, für den gibt es die Handwerker-Variante Vivaro E. Fast baugleich, mit gleicher Technik, nur eben mehr Transporter als PKW. Beim Vivaro E-Van gehen sogar zwei Euro-Paletten quer hinten rein. Er bietet bis zu 1,4 Tonnen Nutzlast. Weiter geht die Verbrauchsfahrt im Zafira E-Live-Personenkraftwagen. Der muss zeigen, wie weit die Batterie ihn bringt. Kurzes Zwischenfazit zu unserer Reichweite. Wir sind jetzt 75 Kilometer gefahren und haben noch 233 auf der Uhr stehen. Das bedeutet, dass wir insgesamt rund 308 Kilometer haben. 314 sind wir losgefahren. Das variiert immer so ein bisschen, je nachdem, wie ich fahre. Aber es scheint über 300 Kilometer konstant zu bleiben. Während der Fahrt merkt man den Unterschied im Antrieb deutlich. Lautloses Dahingleiten ist möglich. Auch wenn sich die Leistung von 136 PS auf den ersten Blick recht spärlich anhört. Es sind Elektropferde und die schieben richtig unten rum. Einziges Manko ist hier das hohe Gewicht. Wir haben über 2 Tonnen, bedingt durch die große Batterie. Das merkt man natürlich schon. Da ist so ein bisschen, ja, die Masse muss beschleunigt werden. Aber man kommt trotzdem ordentlich voran. Das macht wirklich Spaß. Hier auf der Landstraße absolut ausreichend. Und auf der Autobahn auch zum Dahingleiten kein Problem. Für die Autobahn gibt der Power-Modus die komplette Leistung von 100 kW frei. Wer in der Stadt oder gemütlich fährt, der kann mit dem Eco-Modus Energie sparen. Dann drosselt die Software die Leistung auf 60 kW. Im Normal-Modus sind es 80. Was sehr positiv auffällt, ist, dass die Batterie ja im Fahrzeugboden verbaut ist und dadurch der Schwerpunkt sehr niedrig ist. Das ermöglicht uns gerade in Kurven durch den niedrigen Schwerpunkt ein sehr, sehr agiles Fahrverhalten, weil einfach das Wankmoment von dem Fahrzeug minimiert ist. Das macht den sogar fast schon sportlich. Opels Mutterkonzern PSA hält für E-Autofahrer die hauseigene App Free2Move zur Elektrozapfsäulensuche bereit. Darüber suchen wir uns einen Schnelllader, der die 100 kW Ladeleistung des Zafira E bedienen kann. Aber auch in der Karte des Navigationssystems werden E-Tankstellen angezeigt. Angst, liegen zu bleiben, muss da keiner haben. Die Kritikpunkte sind hier allerdings das etwas hohe Fahrzeuggewicht. Man merkt natürlich schon, dass da ordentlich Batterien im Fahrzeug verbaut sind. Das drückt so ein bisschen, das merkt man einfach auch auf den Bodenwellen. Das Fahrwerk hat gut zu tun, die 2,2 Tonnen Fahrzeuggewicht abzufedern. Aber der Komfort ist durch den langen Radstand sehr gut. Und auch beim Verbrauch schlägt er sich tapfer. Am Ende ist die Reichweite dann durch unsere beherzte Fahrweise doch noch etwas gesunken. Aber wir haben den E-Zafira auch nicht geschont. 211 Kilometer sind wir mit dem Elektro-Safira heute gefahren. 78 Kilometer stehen noch auf der Uhr, also 280 Kilometer sind bei unserem Test realistisch. Man muss ihm aber zugute halten. Wir sind ganz viel Landstraße und Autobahn gefahren. Hohe Geschwindigkeiten zehren an der Reichweite. Spaß gemacht hat es aber auch, wie auch schon der Verbrenner-Kollege. Allerdings liegt das auch daran, dass die Nachteile der Elektromobilität ganz, ganz schnell am Schwinden sind, weil es einfach mittlerweile an fast jeder Ecke einen Schnelllader gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017